Wir sind hier gerade im Grüneburg Park. Die schriftlichen Prüfungen sind vorbei und jetzt geht die Party richtig los. Gehen wir mal und gucken, was hier geht. Hi, ihr seid jetzt auf Facebook Live. Und, gute Stimmung heute? Ja, auf jeden Fall. Froh, dass die Prüfungen vorbei sind? Ja, sehr froh. Und erleichtert auch teilweise, ja. Super, viel Spaß beim Feiern. Vielen Dank. Hey, na, was gibt's für euch zu trinken? Ihr seid auf Facebook Live gerade. Oh Gott, nein. Bei uns gibt's Wodka. Schmeckt nach den Prüfungen besonders gut jetzt, oder? Absolut, absolut. Wir sind zwar schon seit einer Woche fertig, aber es ist trotzdem geil. Einfach mal ein bisschen entspannen. Ja, super. Aber verantwortlich sein und nicht zu viel zu trinken. Von welcher Schule kommt ihr? Von der Ziehenschule. Ja, super. Dann danke ich euch. Viel Spaß noch. Danke. Hi, ihr seid gerade auf Facebook Live. Keine Lust heute? Ich bin am Start. Na? Ah, ja. Ich war Interview. Wie waren die Prüfungen? So gut. Ich hab ein gutes Gefühl. Ja, super. Was war das Schwerste aber? Mathe. Und jetzt wird hier richtig gefeiert? Jetzt ist Turn-Up. Ja. Wie lange bleibt ihr? Bis ich nicht mehr kann. Ist noch unklar. Bis ich nicht mehr kann. Bis ich nicht mehr kann, ja. Ja. Dann viel Spaß. Danke. Ciao, ciao. Hi, ihr seid gerade auf Facebook Live. Was geht? Wir sind mal Bild. Gut. Vor zwei Jahren, da war ich in der 10. Klasse und am Sonntag, bei der Bild am Sonntag, bin ich erschienen als Abiturient. Dabei war ich gar kein Abiturient. Aber jetzt bist du Abiturient. Das hast du ein bisschen über die schlechte Bilderstattung berichtet. Ja, jetzt hast du es aber geschafft, oder? Jetzt ist Abi fertig. Ja, ja. Es lief zwar nicht so gut, aber dabei sein ist alles. Das ist auch das Motto von Louis Göbel. Genau. Louis Göbel ist auch dabei sein ist alles. Dabei sein ist alles. Egal was für ein Schild man hat. Hauptsache man kann halten. Heute richtig feiern jetzt. Genau, ja. Jetzt wird es richtig abgegangen. Ja. Es ist im Grunde auch besser halt als Leser zu sein von der Bild. Genau. Weil wir eine Tour haben. Weil wir eine Tour haben. Ja. Nein. Bild-Zeitung, oder? Genau. Was kostet das Abo bei der Bild im Monat? 9,85 Euro. Genau. Auf alle Fälle eine Investition wert. Kauft Bild. Kauft Bild. Bitte. Immer besser. Ja. Viel Spaß beim Feiern. Danke. Hey. Ihr seid gerade auf Facebook Live. Alles klar, Prüfung geschafft. Keine Lust zu reden. Hi, ihr seid gerade auf Facebook Live. Was gibt es bei euch zu trinken? Scheiße. Was gibt es bei euch zu trinken? Wodka. Jetzt richtig Party-Time. Mehr oder weniger, ja. Aber die da drin, ich bin mehr. Das kann ich dir verraten. Die sind mehr besser drauf. Je mehr reingeht, desto mehr ich bin die Menschen. Aber ihr seid doch auch gut drauf, oder? Vielleicht, ja. Viel Spaß noch beim Feiern. Danke schön. 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 Warte, warte, warte. Hi, na, ihr seid gerade live auf Facebook. Gutes Foto gemacht. Wie bitte? Gutes Foto gemacht. Ich verstehe sie akustisch nicht. Gutes Foto gemacht. Ich habe ein gutes Foto gemacht und ich habe auch ein gutes Abi gemacht. Und ich wünsche jedem, der dieses Jahr die Klausur geschrieben hat, einen wunderschönen guten Tag und nächste Woche. Wir gehen richtig ab, wir rillern bis zum Ende. Bretter auf die Egerbecher, ihr wisst Bescheid. Hey, na, schön am Feiern heute? Ja, definitiv. Und was ist Motto für den Abend? Hast du da irgendeine Idee? Ja, 2,017 Promille, meist dichter als Denker. Warte, warte, ich will auch noch was sagen. Warte, ey Jonas, mit mal mit dir. Addet mich alle auf Snapchat, Million 6529 und Million Isak auf Insta und Million Isak auf Facebook, okay? Alle, ich habe ein gutes Abi geschrieben. Ja, was soll ich euch sagen, alle? Hallo? Hi, ihr seid gerade live bei Facebook. Wie waren die Prüfungen? Oh, nee, ich bin kein Abiturierender, Alter. Was für Abi, was für Abi? Futes Geil. 15 Punkte, easy. Und jetzt feiern? Ja. Nur Fanta zu trinken? Ja, nee, mische. Viel Spaß noch. Ja, danke. Komm jetzt hier. Wir haben recht am eigenen Weg. Okay, jetzt sind wir live. Abitur 2017, Goethe-Gymnasium, absolute Macht. Wir sind die Besten, wir sind die Freshsten und wir sind die Abgewichselsten und wir machen auch den besten Schnitt. Und trinkt so viel Alkohol wie ihr könnt, solange ihr noch jung seid, meine Lieben, ja? Ihr wisst Bescheid, Schokobär ist am Start. Hey, na, du bist gerade live bei BILD und Unterschriften von allen geholt? Ja. Auf jeden Fall. Ja? Und jetzt große Party hier? Ja, auf jeden Fall. Wie lange geht's? Ich weiß noch nicht. Ich denke mal bis abends. BILD verblödet deine Meinung. Wir sind live. Ja gut, es geht bis abends. Also richtig Eskalation heute. Ja, ich wüs's nicht Eskalation nennen, ich wüs's einfach mal in sein Abi feiern. Ey! Dann viel Spaß beim Feiern. Vielen Dank. Hey, na. Ihr seid gerade live auf Facebook. Gute Stimmung hier? Bitte nicht. Keine Lust. Hey, na. Ja, die Scheichs gehen. Ja, die Scheichs gehen. Wir sind weg. Wir haben unser Abitur. Eher auf. Eher auf. Vor allem, er ist superreich. We did it. We did it. Jetzt Party heute. Ah, ja. Party heute. Richtig Party. Eher auf. Ja. Machen. Ey, der hat nichts drunter. Komm nicht drunter. Komm nicht drunter. Komm nicht drunter. Ihr seid jetzt live bei Facebook. Alles klar? Ja, alles super. Gutes Feiern heute. Was waren denn die schwersten Abiprüfungen? Randa, was für schwerste Abiprüfung? Pobi LK auf jeden Fall. Geschichte LK auch. Aber jetzt habt ihr es ja geschafft. Und jetzt, was geht heute noch so? Laufen. Spaß haben, trinken, alles vergessen. Dann wäre es viel Spaß, ne? Danke schön. Kann ich was sagen? Kann ich was sagen? Kann ich was sagen? Elisabeth! Hallo. Hey. Ja, habt ihr Fragen? Wie waren denn die Prüfungen bei dir? Also alles 1,0. Alles 1,0. Und die mündlichen dann auch? Ich hoffe es. Und jetzt, was geht heute bei dir? Danach locker feiern, glaube ich. Wer wollen denn das sein? In meinem Club. Kommt alle Bar wieder neben mir. Ja. Was Gutes zu trinken dabei? Nur ein Eppler. Dann mal. Noch viel Spaß. Dankeschön, Dankeschön. Tschau. Viel Spaß. Tschau. Tschau. Tschau.